Willkommen zu meinem neuen Video. Heute schaff ich es endlich mal. Heute ist es soweit. Heute kommt endlich die Google Picks My Makeup Challenge. Jetzt wo der Trend schon links weg ist. Immer on time, immer. Also ich wollte eigentlich auch so, I try to follow, sonst irgendein Makeup Tutorial machen, aber ja, ich habe es eigentlich auch noch vor, aber der Trend ist halt schon weg, ne? Genau. Heute Google Picks My Makeup Challenge und ich werde jetzt auch gar nicht lange um den heißen Brei labern, außer dass ich meine Base schon gemacht habe und meine Augenbrauen, wie ihr natürlich seht. Also die Regeln sind, dass man bei Google eingibt, den ersten Buchstaben seines Vornamens und den ersten Buchstaben seines Nachnamens und dahinter Look schreibt. Und das erste Bild, was kommt, daraus muss man versuchen, einen Look zu kriegen. Ich kann nicht sagen, dass ich ein bisschen geschummelt habe. Ich habe schon mal nachgeguckt, habe den ersten Buchstaben meines Vornamens S und den ersten Buchstaben meines Nachnamens J eingegeben und dann Look. Ich habe allerdings irgendwie ein Bild gefunden, woraus ich irgendwie gar nicht mal kannte. Es war irgendwie so ein Filmplakat von irgendeinem mexikanischen Film. Und da konnte ich nichts mit anfangen, also gar nichts. Aber ich habe ja auch noch einen Künstlernamen, ne? Okay. Das ist Steffi Wörseteil. Und deswegen dachte ich, warum nicht mal SV-Look probieren. Ich kann euch mal kurz zeigen, was ich gemeint habe in diesem Filmplakat, wo ich überhaupt nichts mit anfangen konnte. SJ-Look. Ja, das waren so Videos, so von irgendeinem, keine Ahnung, was es ist, irgendein mexikanischer oder indischer Film. Ja, dann kommt zwar das erste Bild, was ziemlich nice ist, aber ja, das Make-up gefällt mir sehr, sehr gut. Allerdings sollen wir selber Make-up kreieren und nicht abgucken. Und das nächste ist dann halt irgendein Meme, wo ich auch nicht weiß, was soll ich daraus kreieren, ganz ehrlich. Deswegen probieren wir jetzt einfach mal SV-Look. Oh, schicke Autos. Oh, das sind Lila und Orange gefällt mir so gut. Aber wir müssen das erste Bild nehmen. Und das ist diese wunderschöne Lamborghini in einem Kaki-Grau mit Rot- und Schwarze Elementen. Okay, Leute, es tut mir leid, aber ich habe aber keine Palette, wo die Farben von diesem Auto drin sind. So ein Kaki-Grau habe ich gar nicht. Deswegen habe ich mich jetzt doch für den Lila nennen entschieden. Mit diesem leichten Orangenteil. Und da fällt mir nämlich auch viel, viel mehr ein. Mein Papa rasselt es jetzt an. Ja. Zuerst prime ich natürlich mein Augengie, um es bereit für die Top-Situation, die hier passieren wird, zu machen. Nehme ich von Make-up Factory wie immer meinen Eyelust-Corrector und trage ihn über das ganze Lid auf. So, da ich Bock auf ein Halo-Eye habe, werde ich erstmal den Transition-Color nehmen. Da werde ich, denke ich, dieses kleine bisschen hellblau, was in diesem Bild vorhanden ist, nehmen. Die einzige Palette, wo wirklich jede einzelne Farbe vorhanden ist. Bei mir ist die 120-Color Palette von H. Cosmetics, die ich schon seit gefühlten Jahrhunderten habe. Dafür nehme ich mir erstmal einen flauschigen Blendepinsel und dieses hier. So, so sieht man auch noch ganz wenig von dem Blau. Und auf dem Bild ist das Blau ja auch kaum zu sehen. Von daher ist das eigentlich die perfekte Lösung. So, ich denke, jetzt können wir schon mit diesem Lila arbeiten. Das ist ja eher so ein helllila, ein kaltes Flieder. Und deswegen werde ich jetzt diese Farbe hier nehmen. Und werde das erstmal auf den anderen Teil und auf den äußeren Teil meines beweglichen Lides geben. Da das Auto ja auch so ein bisschen schattige Stellen hat, wo das Lila ein bisschen dunkler ist, glaube ich, ich vertiefe an den äußeren Enden jeweils nochmal mit einem dunkleren Lila. Und jetzt gehe ich nochmal in das hellere Lila, um das nochmal so ein bisschen zu verblenden. So, ich denke, ich gehe mit meinem Blendepinsel nochmal in dieses hellblaue, um die Kanten oben ein bisschen weicher zu machen. Jetzt kommen wir zum Halo-Part. Und zwar nehme ich jetzt erstmal meine Make-Up Factory Light Reflecting Concealer. Und gebe den erstmal auf die Mitte meines Augenlids und tupfe den so ein bisschen ein. Und jetzt gucke ich nochmal nach diesem geilen Orange, was sich da hinter dieser Radkappe verbirgt. Also es ist ein Orange mit einem ziemlich coolen Gelbstich irgendwie. Ich denke, ich nehme dieses Orange hier und werde mit diesem glitzerigen Gelb nochmal ein bisschen drüber gehen. Und gehe in dieses glitzernde Gelb drüber, tupfe rein und tupfe das nur leicht auf, dieses Orange auf. Hm, ah, hier am Rad ist so ein kleiner weißer Streifen. Heißt, wir können irgendwie auch nochmal weiß benutzen. Ich gebe es einfach in den inneren Augenwinkel. So, und jetzt gehe ich nochmal in den Flider-Ton und gebe den einfach unter meinen Wimpernkranz. Dann habe ich hier noch einen Long Lasting Eye Pencil von Essence. Und bevor Mascara kommt, nehmen wir erstmal den Eyeliner von Miss Linden Black of Precies Liquid Liner. Habe ich schon ausprobiert, ist mega geil. Das ist ein Filz-Eyeliner und deswegen bin ich so überrascht, weil Filz funktioniert bei mir eigentlich nie. Das ist beim ersten Mal benutzen bei mir meistens schon wie ausgetrocknet. Und mein zweites Mal malt gleich gar nichts mehr wie Flüssig-Eyeliner. Also richtig schwarz. Durch diese spitze Filzspitze kann man so präzise arbeiten. Und habe ich zu viel versprochen. Ich glaube, ich habe Lust heute mal so ein Cat Eye zu machen. So, jetzt fehlt noch Mascara. Und dann nehme ich die Worth the Hype Mascara von NYP. Ich glaube, feitsche Wimpern braucht es heute nicht mal. Erstens, weil es zu warm ist und ich keine Lust habe, mir welche aufzukleben. Und zweitens, weil die Worth the Hype Mascara eher ein halbwert ist. So, jetzt muss ich nur noch einen passenden Lippenstück finden. Okay, ich glaube, dieses Orange-Thema sollten wir nochmal auffassen. Und ich habe hier einen von Catrice gefunden. Und zwar in der Farbe Ultimate Color Lipstick. In der Farbe 50 Princess Peach. Wow, der ist sehr cremig. Was ist denn hier los? Ich habe das Gefühl, durch die Wärme ist er einfach geschmolzen. Ja, die Farbe ist... Ich weiß schon, warum ich den hier benutze. Hier kommt mein Setting Spray. Dann nehme ich wieder meinen NYX Matt Finne. Ja, und das ist der fertige Look. Habe ich es gut getroffen? Ich denke schon. Ja. Ja, die einzelnen Farben kann man schon rausfiltern. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat und die Challenge gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Nicht vergessen zu abonnieren und noch wichtiger die Glocke aktivieren. Weil, also wir wissen ja mittlerweile, wenn man abonniert, heißt das nicht, dass man auch meine Videos angezeigt bekommt. Und also immer schön die Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt lernt, wenn ich ein neues Video rauslade. Genau, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr findet, wie ich die Challenge gut gemeistert habe, das Bild gut getroffen habe. Genau, dann wünsche ich euch noch einen schönen, wundervollen, sonnigen Tag. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Ciao! Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.